Ich lade jetzt ein kurz meine Energie, die Energie. Und jetzt einfach finde ein bestimmtes Thema, das dich belastet. Wenn du dich eingeengst, dass du kannst nicht wirklich da sein kannst. Und atmen, atmen. Und jetzt langsam richte deinen Blick nach innen. Und fühle, an welcher Stelle deines Körpers sich dieses Thema befindet. Befindet. Atmen. Und den Körpers kommen und spuren. Wo ist das Thema? Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Dein Körper ist ein Instrument. Und jetzt, wo du mit dem Körper kommuniziert hast, tagst du tiefer in deinen inneren Kosmos ein, tiefer und tiefer in deinen inneren Kosmos. Lass dein Unterbewusstsein deinen Körper bewegen, bis es sich bequem anfühlt. Und jetzt mit diesem Thema, lass alles hochkommen. Du hast dieses Thema im Körper gefunden, einfach alles hochkommen. Das kann Symbole, Tone, Sätze, Bilder, Gefühle, Emotionen, Empfindungen. Okay. 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 Thanks. Okay. 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 Bye. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Breeze Breeze Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und vielleicht hast du auch Gedanken, das kommen, das ist okay, einfach beobachten. Und nochmal rein, tief, eintauchen. Einfach beobachten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tiefe, die blik nach innen, tiefe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du musst nicht alles verstehen, was hochkommt. Einfach lassen. 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 Einfach haben. Einfach unten. Und eine andere 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 andere. Vielen Dank. 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 Das bist du. Vielen Dank. Vielen Dank. And... Danke. ... ...